Ich muss euch kurz jemanden vorstellen. Das ist Tulpi. Tulpi riecht sehr schön, sehr schön frisch, sehr gute Qualität. Gute Tulpi. Ja, und die wollte ich einmal kurz zeigen. Passt auch zum Video. Ihr werdet es gleich sehen. Hey und herzlich willkommen zum heutigen Mike Ficke Video und wir haben einen neuen Begriffe Rekord. 21 Begriffe, 21 Begriffe. Wow, ihr seid so cool. Es werden immer mehr. Ich freue mich einfach so. Macht bitte weiter so. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich einfach noch mehr Begriffe lese und noch kreativer werden kann. Also dank euch. Also bitte, bitte haut wieder fleißig in die Tasten. Aus diesen 21 Begriffen, die wir letztes Mal hatten, habe ich wieder mal drei coole rausgeneriert und die wären einmal die Nummer 10. von der lieben Nina. Danke an dich und ganz sehr viele Grüße gehen raus. Bei dir war es heute der Garten. Dann haben wir die Nummer 7, das erste Mal dabei, der Can. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wenn nicht, bitte in den Kommentaren mich verbessern und irgendwas schreiben. Aber ich hoffe, das passt. Ansonsten ganz sehr viele Grüße an dich und an deine Hintergrundklick raus. Also danke an euch. Macht bitte weiter so. Bei dir ist es heute Sparschwein geworden. Und dann hat noch die Nummer 4 von der lieben Julia. Ja, ganz liebe Grüße auch an dich und danke schön. Bei dir ist es heute die Blumenvase geworden. Ja, seid gespannt, was ich gemacht habe und viel Spaß. Das ist heute Sparschwein geworden. Ja, ganz gut. Ja, ganz gut. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, da bin ich mit dem heutigen Ergebnis und die drei Begriffe habe ich relativ schnell kombinieren können, weil ich finde, die haben super gut zusammengepasst. Das war für mich irgendwie so eine Situation, in dem einfach, ja, man sich vorstellen kann, wie ihr seht, ja, wie einfach ein Gartentisch in einem Garten platziert wurde, in diesem schönen frühlingshaften Garten, der schön saftig ist, da schon die ganzen Sachen sprießen und alles grün ist, alles schön bunt und vor allem, ja, sehr naturbelassen, weil eben auch, wie ihr seht, die kleinen gelben Blümchen noch vorhanden sind auf der Wiese. Da hatte ich, glaube ich, so eine Inspiration irgendwie von meinem letzten ABZ-Format. Falls ihr es noch nicht kennt, ich verlinke es hier oben wieder und zwar ging es da um Pusteblumen, also in dem Fall das Vorstadium Löwenzähne, da musste ich irgendwie dran denken. Genau, deswegen habe ich die gelben kleinen Blümchen gemalt. Und ja, und dann dachte ich mir, passend auch zum Frühlingsbeginn einfach so dieses ganze schöne, ja, Blumenthema, Garten, habe ich mir gedacht, nehme ich die Blumenvase doch gleich mit raus, tue mir da noch ein paar schöne Tulpen rein, um eben das ganze Feeling noch eben zu betonen, dass man da eben schöne frische Blumen hat, eben in Form von Tulpen. Und ja, ich habe mir eben gedacht, dass es einfach eine Person, die einfach in diesem Bild gerade nicht vorhanden ist, gerade nicht da ist, aber gleich wieder zurückkommt bestimmt, dass die vielleicht so eine Art Sammler ist, die vielleicht Münzen sammelt, die Person. Und, dass vielleicht neue Münzen irgendwie gehortet hat, gesammelt hat und die eben jetzt gerade wieder die richtigen, beziehungsweise die, die die Person noch nicht hat, die zur Sammlung, also noch fehlen sozusagen, sozusagen, ja, eben erstmal hier ausbreitet auf den Tisch, wie ihr seht, die paar Münzen, um eben zu gucken, was eben noch fehlt, was eben die Person schon hat. Um dann die, die eben noch fehlen, zur Sammlung hinzuzufügen, also in Sparschwein reinzuschmeißen und sozusagen, ja, die Sammlung wieder zu vergrößern. Das waren so die Gedanken, die ich hatte zu dem Bild, zu den Begriffen und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie das Bild gefällt, aber auch wieder sehr gerne neue Begriffe schreiben. Ich freue mich sehr. Vielleicht knacken wir sogar den nächsten Rekord, ansonsten einfach kreativ werden. Ich freue mich bei jedem Begriff, also danke schon mal dafür. Wenn es euch gefällt, könnt ihr auch da lassen. Dankeschön. Und sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Euer Kinga. Tschüss.